Google Docs verliert nie den Überblick über die verschiedenen Arbeitsschritte. Durch den sogenannten Versionsverlauf können Arbeitsschritte nachverfolgt werden sowie alte Versionen bei Bedarf wiederhergestellt werden. Den Versionsverlauf erreichen Sie unter Datei, Versionsverlauf, Versionsverlauf ansehen und können hiermit eine frühere Version anklicken und über diese Version wiederherstellen, erneut herstellen. Sollte hier aber ein Fehler unterlaufen sein und Sie möchten diese Version doch nicht wiederherstellen, erreichen Sie den Versionsverlauf ebenfalls über die letzte Änderung. Ich zeige das noch mal ganz kurz. Hier oben sehen wir ein Feld, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde und von wem und wenn wir hier draufklicken, öffnet sich der Versionsverlauf erneut und ich kann die letzte Version wiederherstellen. Damit gehen keine Änderungen verloren und Sie können jederzeit verschiedene Versionen wiederherstellen.